Nicht nur zwei Alte haben in die Migros gehockt, im Restaurant. Dann sagt der eine zum anderen, du, was willst du dich anders holen? Dann sagt der andere, ja, ich will einen Kaffee, aber schreib es auf, sonst vergess ich es wieder. Dann sagt der andere, vergess ich doch nicht den Kaffee, ich habe ja denke ein paar Alten, oder? Ich bin ja kein Dubbel. Dann sagt der andere, mal bist du ein Dubbel, schreib es auf, ich will noch nichts dazu. Dann sagt der andere, was willst du denn noch dazu? Ja, ich will noch ein bisschen Zucker, oder? Einen Zucker wollen noch dazu. Ein bisschen süss machen, den Kaffee, oder? Dann sagt der andere, ja, da kann ich einen paar Alten, einen Zucker und einen Kaffee, ich bin kein Dubbel. Dann sagt der andere, mal schreib es auf, sonst vergess ich es wieder. Dann sagt der andere, muss ich nicht vergessen, nur einen Kaffee und einen Zucker. Dann denke ich, Pater, ich will noch mal ein bisschen dazu. Dann sagt der andere, was willst du denn noch dazu? Dann sagt er, ja, ich muss nichts aufschreiben, ich habe es noch gehalten. Dann sagt der andere, ja, kein Pater. Einen Kaffee, Zucker und einen Rom, muss ich nicht aufschreiben. Dann sagt er, mal schreib es auf, ich will noch mal etwas dazu. Dann sagt er, was willst du denn noch dazu? Dann sagt er, ja, so ein Eppeltötchen, so ein Eppeltötchen. So die groten roten Eppeltötchen. Dann sagt er, ja, ich muss nichts aufschreiben, ich habe es gehalten. Einen Kaffee, einen Zucker, Rom und ein Eppeltötchen. Ich denke, Pater. Nach einer halben Stunde kommt er wieder mit einem Teller Spaghetti. Dann sagt der andere, siehst du, ich habe es von Anfang an gesehen. Schreib es auf, jetzt hast du den Salat vergessen. Wasser. Einen Hepatles. Neue Urkrit mourning –